Eingang Wollten mal Fotos machen? Was soll ich? Meine Frau Gäste, wir grüßen Sie direkt in alle beiden Namen der Agel Kälberer und den Schneider an den linken Farben. Der nächste Bedarfshalt ist von Kleberode. Sie machen es heute mal einen Arzt. Hier haben wir einen Arzt. Sie sind automatisch. Ja. Das ist mal ein Lokführer. Siehst du, da werden wir hier runter gehen. Und ich bills nicht besser in Ordnung. Danke schön! Ich würde sie anschauen. Ich würde es so schön sehen. Schön. Die ist klein. Es ist schlimm, dass alles so verkaufen ist. Ich hätte das gar nicht wissen, das muss ich sagen jetzt schon. Zwischen Risiken, in den Zimmern. Im Höhenkampf damals. Das war die eigene Kürze. Das ist vielleicht ein bisschen. Also muss das gleiche Knobber gefahren dürfen. Wenn man auf der Sprung kommt, dann ist die Schiene gelesen. Das war doch geil. Ich hab früher immer zu den Airzeiten. Das war ein Urteilssignal. Die Schiene kapseln, die waren so groß. Ja, die schmecken. Die hast du ja noch beschieben gemacht. Ja. Und alles geht miteinander. Wenn jetzt das mal weggefahren ist, das hat man immer nicht im Knall. Du musst das anhalten. Wenn jetzt mal ein Unfall ist, meine Leute sagen, dann darfst du früher sein. Da hast du dich noch beschieben gemacht. Ja. Ja. Da hast du mir zu verstanden. Da ist doch hier ganz schön hier. Wenn du so ein Schwabbeln willst. So ist das immer so warm. Ich brauche ja eben nicht da noch mal früher. Ja. 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 Was bedeutet die zweite? Ich weiß nicht. Seitwichtigung. Überwege die Karte. Hier vorne, vorne. Kannst du vorseits was machen? Nein. Auf die Ecke. Steht da. Blazen. Zwei, zwei. Zwei zu. Zwei, zwei. Okay, kein Stapel, steht hier. Die Karte. So kommen wir auf den Autos vor. So kommen wir auf den Autos vor. So kommen wir auf den Autos vor. Und wir haben jetzt um 8.42. Ich kann das Auto machen wir auch so. Ich kann das Auto machen wir auch so. Ja. Ja. Das ist so ein Autos. Ja. Das ist so ein Autos. Ja. 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 So machen wir hier alles zu fahren. Das ist so ein Autos. Dieses ist so ein Autos. Ich kann die Autos. Das ist so eine Autos. Ich kann das jetzt die Autos. Das ist so ein Autos. Die Autos. Nächste Station. Rottliebe Rode. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt Halterwunsch-Taste betätigen. Weil ich auch, dass ich hier erworben möchte, wie wir noch haben, wenn der 1.3.20 von Halle oder Wattwunsch-Taste betätigt ist. Und wer sieht, warum ich jetzt hier an der 1.3.20 von Halle oder Wattwunsch-Taste betätigt ist. Obwohl er kein Glück hat, deshalb nicht. Aber wenn er in der 1.3.20 von Halle oder Wattwunsch-Taste betätigt ist, dann muss ich hier in der 1.3.20 von Halle. Dann kommt der 1.3.20 von Halle oder Wattwunsch-Taste betätigt. Und dass wir hier in der 1.3.20 von Halle oder Wattwunsch-Taste betätigt sind. Und was macht diese Suboption drin? Ja, ich weiß nicht. Das Banns wurde nicht gehofft. Ganz schick. Die Autos wie vor nehmen wir ja auch Aber... Ach so ist es ja nicht hoch Das ist ja... Ja, das ist ja... Die Züge sind ja da auf den automatischen Fahrt Da ist nicht die Zeit Man schläft den Zehn und die Züge Dann geht die Schraubigauf Dann ist die Züge Zwei noch mehr noch Vorher geht die Schraubigauf Da fahren wir noch runter durch Ja Was ist jetzt hier? Die Zeit ist wohl, sondern 40 Hier fangen die 20 an Ach, hier Das hat aber noch rüber Ja, da Ja Ja, da Halt es sich selber vertraut Jetzt sind wir 40 Ja Das Zeichen Das ist alles Nebenfahrtschrecken Im Vorsignal, wo steht das jetzt? Ja, ja Das ist keins, das ist nur Da hast du nur die Chance Das ist das Ehemann Da musst du halt ganz auf die Schraubigaufschrecken Ja Ja Und wenn der zweite Hefe da runter geht Ja Nach zu Löffer zu fahren Ja 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 Früher haben sie oben da oben noch diese Diese Flaschen drangemacht Ja Flaschen Ja Flaschen Hast du das 해�lte nach dem Ja Ja Ich weiß nicht, dass jetzt geht nicht in die Geli, ich glaube ... ... also so, dass wir noch da die Idee ... Mhm ... Also da, ich weiß nicht, dass er jetzt ... ... ja ... ... ja, aber ... ... da, ich muss mich natürlich nicht mehr überarbeiten ... ... weil es so passiv, dass ich nicht mehr auf den Weichern, von der Weichern, von der Weichern gestellte es ... ... aber noch ganz anders ... ... ja, ich weiß nicht ... ... ja, ich weiß nicht ... ... jetzt, ja, wieder auf den ... Ja, ja. Ja, ja. Zerscheintern die das? Die machen alles. Das Zeug, das fahren sie nach Schlendal. Da fahren sie ganz ziemlich nach Schlendal. Also ein Sparplanwerk. Ja, ja, klar. Holzsägen. Alles. Das Holz kommt teilweise aus Ruhe. Ja. 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 Und das hier. Gibt's mehr? Ja. 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 Und die Autobahn kostet das mit einer Autobahn. Ja. Ja. ... alle ... ... alle ... ... das Signal ist für die Anlage ... ... das heißt P V Früher hieß es mal V ... und das ist nicht mein Geil ... Kieles Kiel ... wenn man es noch nie gesehen hat ... mein Mut hat nur noch erzählt ... Nächste Station Uffdrungen, Bedarfshalt ... zum Aussteigen ... bitte jetzt Haltewunsch-Taste betätigen ... ... hier ist der alte Wunsch ... mit einem Drücken ... ... darf sich das Hälschluss vor ... und voll ... ... ich will da dann aber nicht weg ... ich will das nicht ... 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 Ich könnte so ein Klingelholter rausnehmen, dann könntest du schon voll gegen eine Tür. Ich könnte so ein Klingelholter rausnehmen, dann könntest du schon ein Klingelholter rausnehmen, dann könntest du schon ein Klingelholter rausnehmen. Ich möchte jetzt, die Frauen ja neben dir her und fiegen noch ab so eine Kraft. Nein, ich möchte nicht mehr her. Ich möchte das nicht wieder kommen. Ja. Ich möchte jetzt einen neuen Klingelholter rausnehmen, dann kann das gerne nach vorne kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020